Skurriles Outfit, Drake trägt großen Teddybärenmantel Was hat sich Drake, 36, denn dabei gedacht? Aubrey Drake-Gren, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, stellt sein musikalisches Können schon seit Jahren unter Beweis, er landete zahlreichen Nummer 1 Hits und räumte damit jede Menge Preise ab. Obwohl er nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken ist, kann er in Sachen Mode allerdings nicht immer punkten, Drake erschien zu einem Basketballspiel in einem flauschigen Mantel, auf dem sich große Teddybären befanden. Das Basketball-Match der Toronto Raptors gegen die Brooklyn Nets in Toronto ließ sich der gebürtige Kanadier nicht entgehen. Zu diesem Anlass wählte der Bandense-Interpret ein sehr ausgefallenes Outfit, Drake trug einen beigefarbenen flauschigen Mantel. Auf dem unter beiden Schultern ein Teddybär prangte. Als er dann seinen langen Mantel in der Halle ausgezogen hatte, kam ein weniger auffälliger Look zum Vorschein, der Rapper sah sich das Spiel in einer hellen Jeans und einem dunkleren Jeanshemd an. Mit hinterdies an seinem Mantel hätte Drakes Sohn Adonis vermutlich mehr anfangen können. Der Junge, den sich Drake mit seiner verflossenen Sophie Bruce Augs, 33, teilt, hatte schließlich im vergangenen Oktober seinen fünften Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass hatten seine Eltern ihm eine Superheldenparty geschmissen. Untertitelung des Schwenken, 37, teilt vor einer Maria und damaligen Karten, die Mühne und der Schwenken ist sehr stark. Wie ist die Schwenken, 13, teilt vor einer Jungen aus der Schwenke, um einen ganz Schwenken zu verbinden.